Was machst du? Ich warte auf dich. Wozu? Was ist denn los? Die hat mal mein Vater gehört. Hast du schon mal was von Veitstanz gehört? Das ist eine Erbkrankheit. Vor sechs Jahren hat man bei seinem Vater diese Krankheit diagnostiziert. Ich habe Sebastian bis jetzt noch nicht gesagt. Er könnte es vielleicht auch haben. Ich bin schwanger. Bitte, Diane. Sag es ihm nicht. Diane. Ich freue mich aufs Kind. Ich weiß. Sebastian ist glücklich, so wie er jetzt ist. Lass für ihn und für dich etwas hoffen. Sehen Sie mich doch an. Es ist zu spät. Wo warst du? Ich habe versucht dich anzurufen. Ich war unterwegs. Mit wem? Mit wem? Du bist du? 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 Du bist du?